Der Show is about to begin! Hey, hey, hey! Steh auf, steh auf! Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Abflug, abflug! Nächste! Ja! Ja! Nächste! 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 Ich hab die Verbindung gerade gar nicht gekriegt. Du warst die Scheiße gerade. Nein, voll Gedeihe! Warte, Fischholz! Warte, Fischholz! Warte, Fischholz! Ja, rechts! Ja, rechts! Häpp, häpp, häpp! Ja, ja! Ich wollte es gestern Abend anrufen, weil Ronny ihr Abend gesagt hat. Ja, bye, Paulny! Jaaa! 你是 zuhle waren bei derne犬2. Oh, ja, ist das hier? Auf, mal ja! Ja! Die Musik war nicht die Beste, es war aber ganz geil. Wer hat das gemacht? Die Nummer 17. Soll die halb links, soll die halb links! Ja richtig, das Spiel hat den Ball. ... aber auch nicht in die Familie. Ja! Ja! Und dann muss man, das hat der Schnellung gemacht sind, da! Hey! Wenn ihr beginnt! Für jeden Tag mal ihr ein! Ja! Ja! Was machen wir denn? Sehr gut, sehr gut! Du kannst doch die Rände weg, ey, ich weiß nicht, was du kosten immer. Super, super, Abschluss! Lach! Nein, ey, du kannst doch nicht jedes Kopfball-Duell für... Blau-Weiß mit Trich Hain, ihre Liga-Spiel drauf. Ich hab die mitgenommen als TB der Gastauftritt hatte, zumindest der Anhang. Ich schweige, TB. Oh, was macht er denn da? So, was ist dann Ende? Dann schreiben sie rein in der Map von... Oh, Alter! Da drüben war, da haben wir die Spiele eingeguckt. Da gibt's eine Liga, da spielen nur Frauen und spielen mit... Oh! Latte, Pfosten, alles dabei. Das ist Herrenkreisklasse Staffel 1. Oh! Das ist irgendwie 12. oder 13. Liga. Das war gar nicht so schlecht, ne? Das schöne ist es. Oh, das muss ich erstmal irgendwie... Aber jetzt die Saison hatten wir doch auch schon mit der Helga, mit Frankfurt Süd. Die haben doch auch mit Gehra, glaube ich, mit Finkmannschaft, ne? Weimar! Ja, da haben wir doch... Boah! Brostock hatte das Banner von Wiener gezogen. Und dann haben wir das Banner... Ja, in Berlin. Na, ich wollte nachher nochmal gucken, wie hier Muckuck hier München gespielt hat. Tatsächlich nicht, ja, ja. Naja. Und jedenfalls, dann kam der Oberste da von dem wohl an. Und hat mir da sowas auch mit Freunden. Kannst du aussuchen. Ja, das war so der Schlusspfiff für unsere Schiedsrichter.